Was ich mal sagen wollte, ich glaube ich habe aber gerade einen kleinen Bug gehabt, unten bei Communications, da wurde mir eine Aufgabe angezeigt, aber da war keiner. Bist du auch sicher? Du musst schon den Use-Button drücken, ne? Ohne Scherz, ich habe einmal alles komplett abgesucht, da war keine gelbe Umrandung, ich konnte nichts nutzen, gar nichts. Das war die Aufgabe zum Meditieren. Ja, mach, aber tu nicht so viel. Die Aufgabe war da zu stehen und zu warten, bis die Tobiami dich findet. Ja, genau. Das ist dann der Gnadenkill, oder was? Ja. In-Stand-Win. Sonst wäre das vielleicht schon, wäre das vielleicht noch interessant, wenn wir sozusagen einmal jemanden doppelt haben, dass wir dann nur noch Imposterrunden machen mit denjenigen, die noch nicht Imposter waren? Nein, das glaube ich, das wird sowieso nach einer Zeit ausgewählt, weil ich glaube, dass es halt nicht doppelt wird, weil ich glaube, durch Round-Robin wird halt eine Liste generiert, die halt zufällig generiert wird und die wird halt nacheinander abgelaufen. Ja, dann wird das dann später als Priorität, schätze ich mal, gesetzt dann, wenn alle einmal durch waren. Okay, weil dann würde ich fast schon vorschlagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, wenn wir alle mal Imposter waren, wollen wir dann eine klassische Runde wieder spielen? Oder wollen wir dann dabei... Gleich dafür, wie viel Imposter wollen wir denn eigentlich bei acht Leuten machen, einen? Ja, die Frage ist, wenn die anderen beiden kommen. Ja, die Bars waren, die anderen beiden kommen. Bei zehn würde ich wieder zwei nehmen, aber bei acht, keine Ahnung. Bei acht eineinhalb. Eineinhalb. Bei meiner Körpergröße klappt das mit einer halben. Wir können ja mal gucken, wann die anderen denn da sind. Wir haben ja noch ein paar Imposter vor uns, also von daher... Der halbe ist dann für die ersten paar ruhig ein Imposter und dann sobald noch ein paar da sind... Der kann drei Kills machen und dann ist es... Dann ist er Crewmates. Oder dann wird er automatisch rausgeboten. Nee, dann muss er gekillt werden. Dann würde ich sagen, setzt du Go. Dann wird er gekillt von den Crewmates, ne? Ich will auf jeden Fall jetzt filmen. Und who is gone wie Imposter? Mit einer Flut, du bist jetzt auch mal wieder dabei, ne? Ich bin wieder... Ich sag Bluey. Ja, es ist ja auch mit einer dann. Mit einer Letzte-Game. Genau, Typ. Okay. Okay, meine Lieblingsaufgabe war Blech nicht. Er ist da, Freunde. Mal gucken, ob sie wie bei Jammie wird, direkt zwei töten und dann erstmal nichts tun. Ach, wie gesagt. Moppenismus. Nein, unten. Sag ich dir mal rest in peace? Ja, mach das. Nein, scheiße, ich bin tot. Oh mein Gott. Ja. Ja, so sieht das dann aus. Also das ist doch, wie gesagt, eigentlich ein ganz interessanter Modus. Sind noch 3 übrig. Aber zumindest liegt jetzt mit, was das für ein eigentlich trauriges, glückliches Problem ist. Das ist einfach interessant. So, jetzt sieht er die Punkte. Oh Rufus, nein Rufus, was, warum läuft der denn da nicht hinterher? Mitner, was war das denn bitte? Mitner, warum hast du die beiden nicht gekühlt? Die standen direkt neben dir. Am Handy die Steuerung. Ich habe Rufus 50 mal, 2 mal nicht getötet, weil es mit der Steuerung kacke war. Ohne Scherz, ich sehe da nur so Rufus und so mit da um die Ecke so kommen. Boah, ja, ich muss hier die Taschenlampe machen und kill und laufen. Ja, da stelle ich mir schon eine schlimme Frage. Ja. Das ist für ein Handy halt nicht so. Also das ist nicht die Zeitkacke, der Rest geht, das ist nicht die Zeitkacke. Ja, ja. Ist für ein Handy noch nicht optimalisiert. Also die sollten das vielleicht so setzen, dass du automatisch dahin guckst, wo du gerade auch hinläufst. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja. Wollte Black Duna kommen? Wollte nicht kommen? Ich weiß nicht, ob er jetzt kommt. Er ist online gestellt, deswegen konntest du ihn ja... Ich weiß, dass er online ist, aber mir hat er geschrieben, dass er kein Interesse hat. Ach so, Entschuldigung. Ich habe mir auch gerade schon im Stream gefragt, ob er jetzt Interesse hat, aber bislang hat er noch nichts gesagt. Also ich habe ihm auch angeboten, dass er gerne mitmachen kann. Okay, ich meine vielleicht. Ich dachte, er war da unter den... Eine kurze Frage an die, die schon den Poster gemacht haben auf dem PC. Die Taschenlampe bewegt sich mit der Maus, oder...? Ja. Okay. Du kannst auch, wie wild deine Maus um deinen Charakter springen, dann siehst du alles, weil du ganz schnell... Ja, im Endeffekt die ganze Zeit hin und her drehst. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das sind dann jetzt die Profitricks. Also so, Profus, warum es hinweht, dass jetzt, wenn Flui noch nicht dran war? Ja, stimmt. Na, aber der bewegt sich ja auch immer mit der Maus. Hä? Ich war auch noch nicht. Ich war auch noch nicht dran, ne? Und du bewegst und ich hab direkt gefrontet. Ey, ich fronte jetzt und wir nächste Runde jangen. War sie schon? Jami war doch schon. Hey, Jami war doch schon. Das war deine Runde, wo du nicht dabei warst. Ich glaube, das können wir noch probieren. Ich glaube, das können wir noch probieren. Ich glaube, sie sind nur noch Robisator, Flui und ich, ne? Ja. Und Hendrik. Und Hendrik, ja. Genau, Hendrik Bauern. Der einzige Handyspieler, der noch nicht dran war. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will fast noch sein. Ich will nicht. Ich will nicht. Jetzt komme ich, Robi. Jetzt, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Hendrik, pass auf. Ja! Robi! 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 disaster! Hom Gott! Oh mein Gott! city2. Den CrossGS. Der muss ich dich irritiert manchmal. Wenn du machst mich. Okay, ven, Songs! Gek brasile machen. Oh mein Gott, Henry, Oy! Henson! Grey! sophisticated... beim startpunkt der ist aber dann oben rechts lang ich glaube ich kann mich nicht verraten übrigens verwendeten ok 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 das klingt nicht gut ja ja okay das klingt ja gut links rechts alles okay kabel fixen oh mein gott holy shit ich habe ihn gespürt in der kaffee ich hab's nicht junge hat koh hat koh russia fühlt man sich recht so ein bisschen okay ok der kompital ich bin schon wieder weg es geht sagt doch so was ich war der hat uns nicht gesehen Cafeteria, auf dem Weg zu Cafeteria ist er. Das ist hinter mir. Er wollte gerade laufen. Ich gehe ja schon wieder. Die Musik spielt doch nicht mehr, Emon. Du kannst ihn doch bei der Musik auf. Ich habe einen Ton aus. Okay. Nein. Oh mein Gott, ich sehe ihn zum 80. Mal. Ich kriege einen Herzenfuck, Alter. Ich kriege einen Herzenfuck, Alter. Junge. Okay. Und, nein, nein, nein. Wo, wo, wo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, wie lebe ich überhaupt noch? Nicht in die Cafeteria am besten. Gut Abend, ich sprach das doch gleich. Ich habe das nicht geschafft. Und da war er hinter mir. Das war echt knapp. Also, Robby hätte mit einer Flo bestimmt fünf oder sechs Mal gehen können. Ich war einfach zu lustig. Ich habe den Kill. Welche Poster haben wir eigentlich bis jetzt gewonnen? Du. Außer ich. Und du. Ja, das ist das Game für Rufus. Also, das ist der Spielmodus für Rufus. Und dem anderen steht da halt eben immer zuerst. Deswegen steht da hier die anderen jetzt. Ich bin auch nicht zurück. Und Hendrik. Und Hendrik.